Eines Tages dachte Tom an ein leckeres Erdbeermarmeladebrot mit Honig. Er machte einen Spaziergang, doch das Erdbeermarmeladebrot mit Honig wollte ihm nicht mehr aus dem Kopf gehen. Da traf er seinen Freund, den Müller. Sag mal Müller, hast du vielleicht ein Erdbeermarmeladebrot mit Honig für mich? Nein, aber ein Brot kann ich dir schenken. Tom hielt das für eine wunderbare Idee. Der Müller gab ihm ein Brot, die beiden verabschiedeten sich und Tom machte sich auf den Weg. Jetzt hatte er ein großes, knuspriges Brot, aber eigentlich brauchte er nur eine Scheibe. Da kam das arme, kleine Mädchen vorbei und teilte Toms Brot. Hey Tom, du siehst mir ganz so aus, als ob du Erdbeermarmelade willst. Geh doch zur Erdbeermaus und fordere sie zum Kartenspiel. Tom hielt das für eine wunderbare Idee. Hey Erdbeermaus, lass uns Karten spielen. Mein Brot gegen etwas Erdbeermarmelade. Ha, gegen mich gewinnt keiner. Ich bin der Kartenkönig. Die Erdbeermaus führte Tom in ihr Erdbeerhaus, mischte die Karten, teilte die Karten aus und bevor Tom auch nur eine Karte ausspielen konnte, hatte sie das Spiel gewonnen. Ich hab verloren. Es ging alles viel zu schnell. Sag mal Tom, weißt du überhaupt, wie man Karten spielt? Na dann, pass mal auf. Du wirfst sie durch die Luft und von Hand zu Hand. Dieser Vorgang ist als Mischen bekannt. Dann schleuderst du sie wild, dass sie keiner erkennt. Das ist, was man im allgemeinen Austeilen nennt. Und bei wem zuerst keine Karten mehr sind, der gewinnt. Na, das probier ich doch gleich selber. Ich werf sie durch die Luft und von Hand zu Hand. Nicht verzerren, Tom. Versuch's doch gleich nochmal. Für Tom war's gar nicht so leicht, Kartenspielen zu lernen. Aber das arme, kleine Mädchen nahm sich die ganze Nacht Zeit. Und als es morgen wurde, sagte Tom, Ich glaub, jetzt hab ich's kapiert. Erdbeermaus, lass uns Karten spielen. Mein Hemd gegen ein Erdbeermarmeladebrot. Du weißt ja, mit wem du es zu tun hast. Ich werf sie durch die Luft und von Hand zu Hand. So wird das, was ich gelernt hab, angewandt. Dann schleudere ich sie wild, dass sie keiner erkennt. Wir nähern uns dem, was man Höhepunkt nennt. Die Erdbeermaus denkt, dass ich ihr nicht entrenne. Doch ich gewinne! Der Erdbeermaus blieb nichts anderes übrig. Sie musste Tom seine Brotscheibe wiedergeben und etwas Erdbeermarmelade noch dazu. Hey, armes, kleines Mädchen. Ich hab beim Kartenspielen gewonnen. Hurra! Ein Erdbeermarmeladebrot mit Honig. Vielen Dank. Hey, Tom, kannst du mir was abgeben? Aber natürlich, armes, kleines Mädchen. Und so hatte jeder der beiden schließlich ein halbes Erdbeermarmeladebrot mit Honig. Und das schmeckte ihnen so gut, als wär's ein Ganzes gewesen. Tom verbrachte noch den ganzen Tag beim armen, kleinen Mädchen und war wunschlos glücklich. Und war wunschlos glücklich.